Möchtest du dich und deine Gewohnheiten verändern? Dann ist der Monatswap genau das Richtige für dich! Wir legen gemeinsam eine Option fest, die wir einen ganzen Monat lang ausführen. Und zwar jeden Tag. Und nach 30 Tagen haben wir das Fundament für eine neue Gewohnheit gelegt. Wir sind eine Gemeinschaft aus Gleichgesinnten. Wir tauschen uns aus und motivieren uns gegenseitig. Mithilfe unserer Umsetzungspartner kommen wir ins Tun und bleiben am Ball. Durch den Monatswap gewöhnst du dich daran, Neues zu machen, veränderst deine Gewohnheiten zum Guten und führst ein erfüllteres Leben. Deshalb abonniere jetzt unseren YouTube-Kanal und werde Teil der Monatsmobbewegung, um dir selbst etwas Gutes zu tun.